Moin, scusi, dass wir uns jetzt erst melden. Und zwar hatte ich ein Problem. Ich hatte zwar noch Guthaben auf meiner Handykarte, aber kein Datenvolumen mehr seit gestern Abend. Und konnte somit erst das Video beenden, nachdem mir Sven bei Penny eine Karte gekauft hat und mir den Cashcode durchgegeben hat, weil hier der Penny die Afrikanerin nicht gut Englisch konnte, auch nicht gut Italienisch. Und ich spreche nicht, ich weiß nicht, Ghanesisch. Jedenfalls habe ich jetzt wieder erst mal so ein bisschen Datenvolumen, dass ich auch weiter filmen kann. Wir sitzen hier wieder im Olivenhain beim Gardaland. Und dann wollen wir morgen, wenn mein Bein mitmacht, hin. Ja. Und dann müssen wir einmählich auch an die Heimreise denken. Zum Denken. Wir waren noch mal bei unserem Asia-Shop unseres Vertrauens, den wir schon, ich weiß nicht, fünf Jahre kennen. Länger. Ja. Und dann wollen wir das erste Mal zusammen. Kein. Delaroose. Delaroose. Was war das? Oh, der war leider ja ganz klein. 2015. Ja. Ja. Ja, so. Ja. 2014, 15, so. Ja. Ja. Und seitdem kennen wir diesen asiatischen Non-Food-Laden, sagen wir mal so. Und die haben immer alles von Felice. Merkaki. Felice. Wie heißt das? Felice. 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 Felice Azurro. Azurro. Aber wir nehmen nur immer Klassico, nicht irgendwie Orchidee oder Wüste der Nacht oder so. Nein. Nur das Klassik ist Klassik. Es ist wie mit Signala. Ja. Nur Klassik ist Klassico. Oder Giovanni. Ja. Ja. Und jetzt sitze ich hier und wir müssen gleich das Video von gestern nochmal zusammenschustern. Und will hoffen, dass mein Knöchel abschwillt. Ich habe nämlich ganz schöne Schmerzen im Ohrschenkel. Und ja. Es hindert so ein bisschen ein Gehen. Sehen stehen und vergehen. Die sind einfach zu groß. Geh der erzähl, was eine Sache war. Ja. Er wollte in so eine Baumlücke rein und hat den Baum mitgenommen. Wieder mal einer. Weil die so lange Schlachtschiffe sich holen. Wo du nirgends mit parken kannst. Ne. Stell mal vor, der fährt irgendwo in den Gassen von Lazise. Das ist nichts für kleine Parkplätze. Und alle kommen raus und gucken. Ja. Wir filmen auch noch. Obwohl sie schon Handzeichen gegeben hat. Er hat den Baum umgeschrubbt. Ja. Er bleibt da so stehen. Ja. So. Hier steht 12 Euro. Für 12 Euro. Hier zieht man dann die Karte. Hier ist die Mülle. Hier ist das schwarze Brett. Sogar mit Busfahrplan. Sogar mit Busfahrplan. Ja. Busfahrplan. Hier ist dann der Kassenautomat, an dem man bezahlt. Aber keine Kartenzahlung im Moment möglich, ne? Nein. Nur mal. Ja. Eine Eschbäche. Hand. Desinfektionsmittel. Hier ist ein Vorhang, damit man auch Intimo bezahlen kann. Hier ist Toilettedusche. Hier ist wohl gerade jemand drin in der Dusche. Toilette. Wenn man hier um das Waschhaus geht, hier ist Frischwasser für Wohnmobile. Hier sind die Reservebänke und Tische. Ich bin froh, dass Sie das getrennt haben. Hast du ja gesehen. Ja. Frischwasser, Abwasser und so. Erzähl. Erzähl mir dem Wasser da mit dem Kacke. Ja. Dann entsorgen Sie ja auch Ihre Chemietoiletten da hinten in der Ecke. Und dann nehmen Sie auch den Schlauch und spülen damit Ihre Kassetten aus. Und stopfen aber den Schlauch. Und stopfen den Schlauch dann da in die Kassetten rein. Nein. Hier ist Spüle, Abwäsche. Auch alles mit Warmwasser. Warmwasser, Dusche. Ja. Und kostet nichts extra. Nein. Das ist alles inbegriffen. Wir haben heute geduscht. Vor uns steht das Riesenschlachtschiff, der ist gegen den Baum gekribbelt. Und das hier ist die Ebene 1. Hier stehen die meisten eigentlich. Hier sind alles noch Plätze frei. Und überall Stromanschlüsse. Unser Lieblingsplatz ist auf dem Plateau oben. Bei den Olivenbäumen. Ja. Und möglichst immer ein Eckplatz. Aber auch nicht nur hier, sondern generell. Ja. Da hinten haben wir die letzte Nacht verbracht. Die sind eben gekommen. Aus woher? Guck. Und das sind wir. Donatella. Ja. Ja. Und überall ist beleuchtet, ne? Dorni. Vielleicht gegen den Baum. Dorni. Und die Stühle haben wir uns hierher gestellt. Genau. Für den Kaffee morgen früh. Wir wollten jetzt keine Bank noch wieder aus. Nein. Wir stellen die auch wieder zurück. Weg. Und im Moment nutzen. Bei den Verteidigungen. Innen ist beleuchtet gerade. Küche haben wir Polo runtergemacht. Gerdine zugezogen. Ja. Gerdine. Und schlüpfen jetzt hinein. Jetzt ist das Wasser vielleicht auch warm geworden zum Abspülen. Naja, frischer Müllbeutel. Jetzt wird Abwasch gemacht. Die Jungfrau von Orléans. Die Jungfrau von Orléans. Nein. Wie ist das? Gesine. Nicht Gesine. Guck mal wie niedlich. Guck mal. Wir sitzen jetzt hier. Wir haben eben Salzitsche, Bällchen gebraten. Dann hatten wir hier beim Pennygold ganz lecker eingelegte Champignons in Kräuter. Ja. Mit Spaghetti und unserem heiß geliebten Mascarpone Gorgonzola. Gitta hatte noch zum Nachttisch Erdbeeren gezuckert. Die machen gerade ein Selfie. Leider spielt ein Farbklauspiel auf Handy. Da klaut man sich irgendwelche Farben. Gitta schreibt in unser Logbuch. Und ganz lieben Dank an Monika für die Spende für unsere Kaffeekasse. Ja. Die werden wir morgen nämlich im Gardaland auf den Kopf hauen. Gitta. Kaffee. Cappuccino. Kaffee Latte. Glatze. Glatze. Ich wollte Lazzise schreiben. Lazzawazza Kaffee. Ich habe ein Kaffee gedacht. La Wazza. Ja, ganz lieben Dank. Ähm, ja. Meine Haare sind gefärbt. Wie man vielleicht schon gesehen hat. Sie sitzen wieder fluffig und tuffig. Nicht flatt und glatt. Gitta hatte eben so einen müden Turf. Ja. Hast du ihn immer noch? Ne, geht gerade wieder. Also wenn ich jetzt ins Bett gehe, was macht die Uhr sein? Lazzis, siehst du wie spät das ist? Neun. Das fehlt mir hier noch eine Uhr. 21,16. Mir fehlt hier eine Uhr. Hier muss eine Uhr hin. Aber ich wollte jetzt bei Penny nicht diese riesen Glock für 7 Euro kaufen. Aber auch nicht so eine Mikro Uhr. Ja. Was gibt es sonst? Heute war sehr ruhig, ne? Ja. Ja. Hier muss ja auch nicht immer Getrubel sein. Ne, vor allen Dingen nicht, wenn einem der Flunken weh tut. Ein bisschen einkaufen. Eine Pizza essen gehen. Fotos kommt meine Kalzone. Meine Pizza war lecker. Und der Cappuccini auch. Der Cappuccini war sehr gut. Due Cappuccini. Due Cappuccini. Due Cappuccini. Die habe ich die Erben hier weggefressen. Und Löffel kann ich noch nehmen. Löffel kann ich noch nehmen. Löffel kann ich noch nehmen? die öffnungszeiten von garland haben sich nicht geändert von 10 bis 17 uhr dann schreien da die hotelgäste wahrscheinlich wie heißt diese würstchen was ich hier gesagt mit c kalzitsche ne sal s achso cci salzitsche wobei der geschmack von den kleinen besser naja nicht besser die waren fester das war so wie hack die bällchen ja ja morgen noch mal gerade land und dann haben wir keinen plan und dann gucken wir mal vielleicht schneiden wir dann über die berge langsam gern heimat so stück für stück mit zwischenübernachtung in der berge oder so eine mummeltier fett er er sich so davon heute ist ja neunzehnte ja heute macht mummeltier fett auf wir haben uns bei penny lambrusco geholt den hole ich doch mal eben fix so und zwar haben wir den rossos kuro nambrusco die moderne ja das auch nicht kribbelmund also welchen jetzt kribbelmund und es gibt noch grinse gesicht so ich öffne die flasche und es gibt noch ganz traurig kribbelmund oder glückliches gesicht das kribbelmund 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 komm schon warte ich musste gerade ein was weiß ich machen ein gift für meine mama ach komm egal was mach ich witzel prozent hast du so kann man auch ein video vollkriegen Nimmst du das dann auch? Ja. Gute Güte. Wie viel Prozent hast du, Finn? Es sind immer die Abenteurer, die große Dinge vollbringen. Okay, die wird abends immer so metapolisch. Oh, jetzt fängt sie auch noch an zu zeichnen. Oh, Himmel, sakra! Wenn ich loslasse, dann... Oh! Nicht, dass das durchschlägt. Halt ihn gut fest. Du musst aufdrehen. Brauchst du Help? Das ist nicht drehen, das ist Korken. Ach so. Das ist hier nicht billig. Ich plöre aus dem Tetra Pak. Ich dachte, wir nehmen die Kristallgläser. Und die gleich mit Limo-Glas. Wir haben keine Kristallgläser. Likör. Ja. Lambruskut... Lambruskut trinkt man nicht aus Likörgläsern. Das sind Lambruskutgläser. nicht so aggro. Ich will ran! Guck mal, der ist schon ab. Und jetzt vorsichtig so... Ja. Genau. So Stück für Stück. Ich habe ein neues Auto. Ich habe... Der Dampf. War da keiner. Doch, das... Wie weit? So. Das sind die edlen Lambrusko-Gläser. Jetzt... Moment. Ich frage euch jetzt mal. Ich würde jetzt zwar nicht vollkippen. Ich sage mal so. Gitte würde... Moment. Gitte kommt an und sagt hier. Unsere Bleikristall von Anna Hütte. Das ist ein Kolibri-Bad. Sag doch mal. Da haben wir Likör. Also Eierlikör und Krimlikör draus getrunken. Wolltest du aus dem trinken? Ja. Weil das ist an den Lippen. Angenehmer. Dieses Glas. Kühl. Weil der ist ja auch kühl. Als wie jetzt aus diesem Plaste. Ich könnte auch einen Emaille-Eimer geben. Also das ist so viel Wasser. Und Limo ist das in Ordnung. Aber ich finde jetzt so... Weil das ist kühl. Das Glas ist kühl. Ja, da hängt es ja ewig an der Quelle hier. Das macht ja nichts. Du musst ja nicht kippen. Man soll ja genießen. Oha, der hat eine Farbe. Ah, das können wir mit Wolle färben. Und wenn man anstößt, dann klingt das auch. Ja, dann hole ich das. Nicht so. Gib mal. Das ist doch egal. Nein. Wir machen das so selten, dass wir uns mal ein Gläschen genehmigen. Das stimmt. Dann kann das auch aus einer Hütte sein. Aus einer Hütte? Ja. In einer Hütte aus einer Hütte. Vorsicht bitte mit dem Lambrusco. Nicht, dass mir meine Tischdecke ruiniert. Und der Tisch vielleicht noch quillt. Ups, nach da hinten. Hier ist was los abends umherziehen. Oh. So, ich habe mir jetzt auch so ein Kolibri-Wändchen geholt. Ich habe gleich eine neue Farbe. Ich sage dir gleich, welche Farbe. Schmausen wir noch leckere Erdbeeren. Das ist auch ein bescheides Wort. Schmausen. Ey. Er geht bei mir nicht. Ich habe versucht, das zu machen, aber es funktioniert nicht. Probier noch mal. Ich lasse die Flasche gleich auf dem Tisch stehen. Bei dem kleinen. So. Ich habe so viel Schaum im Mund. Kommt das von den Stampin? Das kann sein. Prost. Prost. Wenn du das so... Ich habe jetzt Erdbeeren. Okay. Du musst da unten anfassen, sonst klingt das nicht. Du hast ja bis zur Kante gekostet. Ja, Erdbeeren habe ich. Warte. So unten. Hier wie so ein Ritterpokal. Ich kann noch einmal machen. Warte. Ich mache noch einmal. Aber ich glaube, ich habe jetzt Erdbeere. Prost. Prösterchen. Ja, ich habe Erdbeeren. Südhang, Abhang. Ich würde sagen, Weinstock. 15. Reihe. Doch, der ist gut. Dritter Stock rechts. Und da unter war ein Butterblumen. Steht die Region denn da drauf? Die Moderna. Oder ist das Moderna Lambrusco? Irgendwas mit. Ich will die Kittyfüllung. Warte, ich probiere einmal die Kittyfüllung zu kriegen. Ja, der ist sehr schaumig. Lambrusco, die Moderna. Ach, scheiß Entenfüllung. Ich will Kitty. Das kann ich nicht lesen. Nimm mal mit einer Dreierbrille. Ich probiere noch einmal Kitty zu kriegen. Aus der Region Emilia Romana. Und so ein bisschen leicht herben Geschmack. Ja, nicht ganz so süß. Der andere, den die da haben, den wir noch hatten, wir auch schon mal. Aber der war sehr blass. Der ist sehr lieblich. Der ist ganz schön dunkel. Der hier ist sehr, hat eine tolle Farbe, ne? Oh mein Gott, hier ist wieder dieser Hatzi. Und auch diesen typischen Geruch. Den ich alles geklaut hab? Ja. Da hatte ich 100% bekommen, weil ich den alles geklaut hab. Eine herbe, leicht bittere Blume. Ja. Du Blume. Im Revier. Ich hab ihn getötet, lol. Warum? Ich komm aus dir. Du alte Blume im Revier. Ja. 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 Ich hab diese ganzen... Die Blume. Ich gestehe jetzt etwas ein. Ich hatte die Gläser zu voll gekippt. Und Gitta hat gesagt, jetzt lass uns nochmal anstoßen. Die dürfen nicht zu voll gekippt sein. Und jetzt klingt's auf. Warte. Dein Bröckelbrösel. Hört ihr das Schallen? Auf euch. Ja. Auf euch alle. Wie Glöckchen. Nochmal, wie Engelglocken. Hört ihr das Schallen? Kredenzen. Ah! So? Als Bohle. Du hast mich getötet, du für ein Gesicht. Jetzt wird's aber kritisch hier. Warte mal, ich kipp da nochmal drüber. Wir machen ja auch eine Bohle. Wir haben jetzt eine Prosecco-Bohle uns erfunden. Eine Erdbeer-Prosecco-Bohle. Guck mal. Du kannst da hinten lang gehen. Sag was. Da sind die Erdbeeren jetzt drin. Ich hab Patschi getötet. Mh. Oh. Da sind ein bisschen viele Erdbeeren jetzt drin. Moment, this wine tastes the same as I remember. Alter, Hilfe. Wir wurden da explotant geklaut. Ich klau Gott von den Grünen. Das ist ein Tipp. Das ist ein Tipp. Moment, this wine tastes the same as I remember. Gezuckerte Erdbeeren. Die können sich jetzt erst mal vollsaugen. Ich bin rausgeschmissen. Warte, ich komme sofort wieder. Kognak kam mir leider jetzt nicht im Haus. Hat unsere Mutter immer gemacht. Erdbeerbohle. Diese flauschigen Erdbeeren. Die haben als Kinder gegessen. Aus dem Glas, ne? Ja. Ich sag nur, du möchtest es heute. Aus dem Glas oder auch so. Aber die wurden ja vom Kognak dann auf, ne? Ja. Aufgeweicht. Dann waren die so wie Feldstücken. Und wie durften die Erdbeeren denn die Früchte mal essen? Ja. Oder diese Cocktailfrüchte von Libes. Ja. Schön vollgesungen. Esst man. Nimmt euch mal die Spießchen. Die Früchte könnt ihr essen. Ich sag nochmal Prost, ne? Wie glaubt jeder was? Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich will sein mal ganz kurz leise. Sven. Küchenrolle. Küchenrolle. Das ist doch wieder ein Zeichen. Das macht die nicht ab. Nein. Du holn mir erst mal eine Tischdecke. Die hast du mir gemäht. Das sieht, fällt man doch nicht auf. Das ist schon weg. Brotwein. Seid jetzt mal bitte leise. Könnt ihr bitte ganz leise sein? Jetzt hört. Eigentlich nicht. Hört mal, hört mal, hört mal. Was ist das? Zhong Li. Xing Li? Zhong Li. Von Genshin Impact. Achso. Romantus Wine tastes the same as I remember. Tischplatte quillt hier. So, wir dürfen jetzt hier nicht mehr so viel lachen. Die Kette kriegt keine Luft mehr. Ja, also das ist überhaupt, so habe ich jetzt gerade eben so wieder mal überlegt, ne? So wie er, wie man so als Kind so durchgekommen ist, so, ne? So unser Baujahr jetzt, 69. So auch bei, bei, na? Nee, ich meinte jetzt so auf den Schoß bei, bei Ongeldida in der Heide, Autofahrt zum Müll. Ja. Du durfst lenken. Ja. Kindersitze gab's nicht. Nee. Fahrradtürme auch nicht. Anschnallen sowieso nicht. Nee. Da wurde gar nicht drauf geachtet. Mhm. Deswegen, ich weiß heute, wie Streichholzschachteln schmecken. Du isst Streichholzschachteln? Nein, ich habe immer, eigentlich habe ich immer alles probiert. Wir haben auch früher mal gesagt, wir essen Hohn, ich weiß das noch. Ja. Und haben dann irgendwelche Blumen rumgesaugt. Hätte ja auch mal eine Engelstrompete sein können. Gab's zu unserer Zeit ja nicht Engelstrompete. Also nicht bei uns in der Umgebung. Aber wir haben dann diese kleinen roten, diese, weißt du, diese weinroten. Diese Blüten. Mhm. Und haben dann immer gesagt, wir trinken Honig. Was machst du denn da jetzt? Wie? Picasso? Ja. Ich zeichne. Ich dachte, wir unterhalten uns. Machen wir doch. Ich bin ja allein. Du machst ein Video. Ja, aber ich brauche doch auch Themen. Klopfen gleich unterm Till. Genießen. Nicht kippen. Ich muss mich da durch die Erdbeeren wühlen. Die, die voll. Guck mal, wie viele. Auf Ex. Sie tut jetzt so, was ist ganz wichtig, mit ihrem Rotringstift da in der Hand. Sie löffelt die jetzt raus. Mit einem Esslöffel, wollte ich nur mal sagen. Oder ist das ein Teelöffel? Nein. Ach nee, das ist die Suppenkelle. In dem Likörglas. Ding Dong. Frau Schulz, Ihre Aufwandberaterin ist da. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ich habe Jane getötet. Bei Lea Handschuhmaske. Möchten wir die einmal testen? Ja, gerne. Ich werde sie dann mal entpacken. Ja. Hier, ASMR. Ich muss mir erst mal durchlesen, wie man das macht. Meine Tante und meine Mama. Legen Sie mal Ihre Kunstmappe beiseite. Ja. Ich werde Ihnen jetzt eine Handschuhmaske anlegen. Ey! Du hast bei mir gerade fast alles geklaut. Was ist, war ich denn nicht? Du was, das Film lügt nicht. Stecken Sie hier einmal Ihre Hand bitte hinein. Das war, das war meins als erstes. Krankenhand. Das müssen wir zukleben. Ach. Ey! Was checkst du daran? Nichts, keine Sachen zu klauen. Andere Hand. Ich melde mich gleich wieder vom Ort des Geschehens. Na, das ist ein Spaß. Jetzt sitzen wir hier. Ja. Wie Batscher. Wie Batscher-Family. Ja, du backerst an den Armen. Finn, ich sehe, dass du bei mir klaust. Ich habe dir nicht einen Prozent geklaut. War das nicht irgendwas mit Belieb? Ja. Ja. Handschuhmaske. Mit Shea-Butter, Wildrosen- und Aprikosenkernöl. Intensiv pflegend für einen sofortigen Feuchtigkeitskick. Für samtweiche Hände. Du bist gar nicht mehr in meinen Server. Weil ich blieb ja schon an sämtliche Woll-Woll-Sachen und so hängen. Ja. Ich war ja praktisch wie eine Kadierbürste. So. Darauf noch ein Stößchen. Backersteine aneinander aus. Ich will jetzt nur einen Prozent haben. Ich knäue jetzt alles, was ich kann. Das ist ja nur am Löffeln. Das ist so farbecht, ne? Mhm. Also, können wir ohne Einschränkung empfehlen, ne? Diese Handmaske. Ich hatte echt rubbiges Tier. Das ist, äh, kein Dreck. Das ist, ähm... Schorf. Ja. Und, ey, man, das geht jetzt nicht auf sofort weg. Aber dieses Handgefühl durch diese Balea-Handschuh-Maske. Sehr angenehm. Ja, hatten wir jetzt keine fünf Minuten mehr an. Nein, und klebt und packt auch nicht. Nee. Ich bin so... Was ist? Ha, ist das schon fertig? Ich lese auch. Tüdelü. Wo kommt die die Fürsicht? Ich le... Ich le... Ich le... Ich le... Ich le... Ich le... Ich le trinkt... San Benedetto... Baby-Tee. Baby-Tee. Aber sie ist elf, sie sitzt und spricht. Ja. Nein. Für unterwegs, als die Fürsicht. Für Bibis. Prost. 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 Weil leider... Das ist ein Bagger. Bagger, Bagger, Bagger. Und beim nächsten... Was ist jetzt? Das ist jetzt beide Gläser ausgedrungen. Nee. Ich habe nur meine Erdbeeren aufgegessen. Mehr nicht. Kann man vor wie in der Sesamstraße. Kann man auch mal das wegfrisst. Dann machst du mal einen Schwank, ne? So. Sag, das war nie Else. Jetzt geht's los. Warte mal. Frau, ich bin schon. Bis gleich. Bis. Achso. Professant. Jetzt soll ich schon Ohren. So. Oh, Gott. Stößchen, Stößchen. Das ist immer Tumpfer. wir haben hier so viel Spaß ich krieg ja Luft mehr, Schnappatmung leider soll das nicht so laut sein ihr seid schlimmer die älteren Frauen auch immer gerne roten Lippenstifte damit man die Lambruske Lippen nicht sieht ich guck jedem Kinder an so als wenn sie im Knubberfeld Kirschenknubbern war der ist ja echt farbig du hast recht die alten, die tragen immer roten Lippenstifte das weiß du Bescheid das sind Lambruske Lippen ja und soll noch eine Flasche für meinen Nachbarn mitbringen die ist nicht für mich die ist nur für meinen Nachbarn sag doch dünner, er ist nicht dick nee er ist ein Lauch nein, er ist dünn dünner Lauch? nein, das ist kein Lauch ach man muss stehen bleiben, damit man schießen kann zieht das aber geht so jetzt kommt der Ora oder der Korra ne, ich zock grad schon geh mal in der Lobby ich bin da noch nicht auf ok, ich hab's Stufe 1 geschafft spiel mit spiel mit anderen Menschen sammle 800 Münzen und besiege 10 Mini Laser komm mal zur Lobby komm zur Lobby wie komm ich in die Lobby die einzige Mensch wäre es da jetzt da heißt es nur noch da hochkommen ich komm sofort ja, hilf mir dann musst du Anlauf nehmen mit ihren Marabou-Lippen dieses kleine Vogeltränken hilf mir doch ein Lach mit das ist ein Vogelschnabel und dann muss man das festhalten das nennt man in unseren Kreisen die Marabou-Stöten bitte selbst zu Silvester haben wir mit ich muss lügen das war nicht mal Sekt ich hab nicht mal Sekt gekauft zum Anstoßen du musst stehenbleiben um zu schießen wann haben wir das letzte Mal den Zitronella-Likör getrunken ne, ist gut mit Sven mal so ein na, wie heißt der Creme-Likör Koffee-Likör ja aber dann auch mal so zwei Gläser ja das ist nicht der Räder aber hier so da kriegen wir schon so eine lahme Zunge ok ne ja ok, jetzt können wir da hinten weitergehen drei solche Gläschen oben da hat man gleich so ein Schelfischblick so ja ach du Kacke wer hier so nicht weiß was ein Schelfischblick ist der muss sich mal so Leute angucken die was getrunken haben die haben immer so ein Auge ist groß und eins ist klein ich mach's mir nochmal für dich ne, herrn gedeckt bevor das hier jetzt erst kalt ich bin tot verabschieden wir uns ich sag Prost ich dachte Kuss Kuss und Schluß und wir sagen alle Kuss Kuss und Schluß Kuss